Ah, gut, dann ist das Sport TV hier. Warum diese Ausschlusskunde diesmal korrekt war, auch wenn viele sagen, es war ein Fehler, nein, es war alles korrekt und ich erkläre euch auch genau warum. Denn wäre bei Villarreal Liverpool gekommen, das wurde ja ausgegraut, es wäre nicht möglich gewesen. Der Grund ist einfach, wäre Liverpool gekommen, hätte Inter Mailand entweder dann gegen Juventus oder gegen Real Madrid spielen müssen. Und beides ist nicht möglich, denn ihr wisst ja, Inter Mailand, Juventus Turin im gleichen Land und gegen Real Madrid hätten sie anders spielen können, weil sie schon in der Gruppe gegeneinander gespielt haben. Daher war es korrekt, dass Liverpool gegen Villarreal ausgegraut gewesen ist, weil sie hätten nicht gegeneinander aufgrund der Thematik sein können. Aber im ersten Moment dachte man, scheiße, wieder ein Fehler, kommen alle guten Dinge, sind drei. Nein, so war es nicht. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über die Begegnungen. Denn der FC Bayern München hat diesmal ein einfacheres Los bekommen mit RB Salzburg. Sicherlich eine Talentschmiede, aber auf jeden Fall in meinen Augen einfacher als gegen Atletico Madrid. Sporting bekommt es mit Manchester City zu tun. Werfiker Lisebon gegen Ajax Amsterdam, wieder gut. Chelsea gegen Lille. Der Lille Überraschungsmeister in Frankreich, tut sich aber in dieser Saison sehr schwer. und da wird sich, denke ich mal, Tuchel mit seinem FC Chelsea sicherlich gut tun und Lille da raushauen. Atletico Madrid gegen Manchester United. Leider haben wir nicht mehr die Begegnung zwischen Messi und Ronaldo. Vielleicht etwas später. Hoffen wir es einfach mal. Dann Villarreal, und das kommt zur Problematik eigentlich, gegen Juventus Turin. Wie gesagt, Liverpool ging nicht, weil jetzt kommen die Begegnung in Inter Mailand gegen Liverpool wird knaller. Also Inter Mailand erster oder ganz knapp oben immer dran. Also das wird eine geile Partie. Aber auch Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Aber sehe ich da Real Madrid vorne PSG ist unbedingt so ein Team. Immer so viele Einzelkämpfer und die sind nicht diszipliniert genug. Daher wird es nicht für einen internationalen Titel reichen. Ich denke mal, dass Real Madrid gerade in der aktuellen Form das machen wird. Das aber nur kurz und knapp. Wie gesagt, die Begegnungen sind am 15. und 16. Februar beziehungsweise am 8. und 9. März. Die Rückspiele. Ihr könnt mal gerne zur Auslosung was in die Kommentare hören. Habt ihr jetzt die Auslosung besser gefunden oder sozusagen die erste, die gestrichene oder findet ihr diese besser? Ich glaube, Bayern-Fans freuen sich über RB Salzburg mehr. Ich sage auf jeden Fall hier Arrivederci. Bis dahin und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.